Ich schliebe mein Baby über das andere. Was? Ich schliebe mein Baby über das jetzt, oder ich werde deinen Leben ruinieren. Ah, f*** ich. Ich versuche, aber es wird schwierig. Okay, listen. Hoho lives in a barn nearby. Tell him to stop selling the totems. Wir werden sie brauchen. Ich denke, die line ist breaking up. Ich könnte sagen, ich hörte mich wiederholen. Wenn du meine Methoden wirst, es ist alles zu fallen. Ich brauche deine absolute trust. A decent confession is the best cure for a hangover. The doctors gave me no chance. No one confesses like Cardinal Cremovanet. But Father Orlok has some potential. Confession is like a reset of some sorts. I've done something stupid and I was afraid of consequences. Father Orlok make it possible for me to start my new life anew. And so it goes over and over again. God bless. I'm giving away holy pictures. How much? A prayer in my intention should be enough. Well, I don't know. We've already said our prayers today. What would I need this for? It just got her dose. Well, then I'll just give them for free. Well, I'm gonna take three then. One for my sister. What? Okay. Okay, wir gehen zu den Chardonisten und wir hauen ihm auf die Scharnuze. Ja, das kann ich. Ich weiß überhaupt nicht was passiert. Ich bin kein guter Beichtpriester. Ich bin, ich weiß nicht genau. Ich... Ja... Leute, reden irgendwas? Ich höre zu und gebe falsche Ratschläge. So, warte. Jetzt, äh... Boah, was? So, Dankeschön. Ah, da kam einer zur Hilfe. Cool. Ich weiß, wir müssen da hin, aber ich guck mal kurz hier. Alles wie immer. Was ist denn? Hier ist nichts. Okay. Oh, Recycling-Material. Wir brauchen... Wir brauchen Recycling. So. So. Habe ich das Spiel damals eigentlich schneller verstanden? Äh, so. Ich habe das Gefühl, ich verstehe es bis heute nicht. Das geht nicht, ne? Oh, doch. Doch, geht. Okay, cool. So. Kill'em. Wir kriegen Besuch. Wir kriegen... Besuch. Hä? Wir werden angegriffen? Direkt an der Kirche? Das war frech. Okay. So. Äh, du bist mit der Auto noch häufiger falsch gefahren. Das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht. Ich glaube, ich habe das Spiel gar nicht verstanden damals. Ich habe es nur gesagt oder so getan. So. Warte, warte, warte. Okay. Wieso haben wir Schmierereien an der Kirche? Die müssen natürlich weg. Und wir gehen eben nochmal schnell. Warte, warte. Ihr Ungläubigen. Wart mal, hier waren wir doch schon mal. Das ist Shade in his hideout. Aber wir haben doch schon mal... Oh, Recycling. In the name of the Lord. In the name of Jesus. Be recycled. Oh. Au, jetzt können wir da reingehen? In the name of the Lord. In the name. So. Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern. Halleluja. Welch eine schöne Badewanne. Das geht auch. Oh, fantastisch. So. 150 haben wir wieder. Fun-fucking-tastisch. Damit können wir die Kirche mal wieder aufwerten. So. Cool. Jetzt wird er sauber. Ähm, wir fragen mal nach, ja? Guten Tag. Moment. Haben sie heute schon an Gott gedacht? Was denn? Oh. Oh. So it's true, Diabolina, the queen of crime, and the forces of evil is here, in Sondaville. Sure, she may have won the first match, but now I possess the most powerful of superpowers. The first for revenge. Just lucky I have to hurry back to my platoon. Ja, Rache. Oh, schade, geht nicht. Okay, äh, was kriegen wir hier? Oh, Black Metal. Geil, nehm ich mit. Können wir wieder was erarbeiten zu Hause? Aha. Oh, was ist das? Pillen. Pillen? 250 Kronen haben wir bekommen. War das Gold? Okay. Ach, Baseballbet nehm ich mit. So. Im Namen des Recycling können wir hier vielleicht nochmal irgendwas ausrichten? Nein. Sehr eng gebaut hier alles. Oh. Einmal umdrehen. Da geht's wieder raus. So, warte. Destroy. Was ist denn? Destroy the Computer? Was? Aber das ist ein PET. Die will ich mitnehmen. Ich will nicht destroyen. Und hier sind Blueprints. Nein, warum? Hätte ich bei Ebay verkaufen können. So, warte, warte. Hier ist sonst nichts, ne? Die Bilder sind aber ganz cool hier. Okay. Check out the blue gauntlet in the hideout. Warte, warte. Hä? Wird schon richtig rum sein. Check out the blue gauntlet in the hideout. Das waren aber nicht die Codes, die wir da gesehen haben. Ne? Die Blueprints. Oder? Ne. Das sind nur Blueprints. Keine blue gauntlets. Hier können wir was kaufen. Ähm. Woher liegen denn die blue gauntlets? Hm. Huch, super bad. Was? Ach da. Ach da. Ich habe es niemals verstanden, aber jetzt habe ich einen Miracle-Worker-Diskuss. F*** die Bonkai. Mhm. Wir haben uns verkleidet. Take the gauntlet of Telekinesis. Der müsste hier hängen. Ne? Da. Aha. Press to grab. Press again to throw. Press to drop. Was immer das gerade war. Ich habe keine Ahnung. Ah. Mit E-Kümmer tauschen. Okay. 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 Using throw something at the pole. To cause the short circuit at the pole. Ätze. Ätze was? Das klappt schon mal sehr gut. Aber, 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 aber. Wogegen soll ich hauen? Da wahrscheinlich, ne? Haben wir noch was zum Werfen hier? Wir können nicht so viel werfen. So, warte mal. Ich hätte gedacht, hier. Da ist noch ein Kreuz, aber, ne. Das war es nicht. Hier ist noch ein Bild. Okay, ich guck mal kurz, wir gucken mal kurz draußen. Hier drin ist irgendwie, ich war, pole ist ein, also ein Flaggenmast, oder? Ach, so. Ist das, ist auch ein Pentagramm. Okay. Gut, dann würde ich mal den hier nehmen und dann schmeißen wir mal dagegen. So. Oha. To hell with Pope. Was? Hoho is a tough guy. Ordinary punches won't impress him. You can deal damage to him by throwing stuff at him using telekinesis. Du bist księdzem. 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 Gute, ich zacko! Ich zacko! Ich zacko! Oich! Kupo! Und wir haben noch ein paar Röhe bei dir. Oh, am Ende, ja groß! Tschüss, Schild! Ich zacko! Ich zacko! Ich zacko! Guck! Good for you! Geil! Härter als Lies of P. Was? Oh, aber geiler Soundtrack. Kriegen wir an die Recycling dafür? Oh ja, kriegen wir wirklich. Verbrauchen wir damit irgendwas? Nee, ne? Nee. Wollt mal testen. Oh, warte mal. Hier müssen wir nochmal kurz drüber schwappen. Warte mal. Geil. Oh, cool. Achso, nee. Was? Wir kriegen Besuch. Versicherung. Was? Wir haben Versicherungen voll, was immer das heißt. Äh, Talk to Hoho. Ach so, warte mal, warte mal. Oh, geil. Wo ist denn der? Ach, da. Entschuldige bitte. War die Gewohnheit. Oh, Talk to Nostradamus. Was? Was? Hä? Hä? Warte mal. Ist das eine gute Idee, wenn ich das mache? Ach, schade. Geht nicht. Geht das kaputt? Ja, Schneemann bauen. So, wir haben bald genug Recyclingmaterial für alles. Wenn es weiter so geht. Cool, ciao. Schicke Bude übrigens. So. Okay, weiter geht's. Äh, wir reden mal mit Nostradamus, ja? Das ist, glaube ich, immer ein gutes Gespräch. Hä, wie cool. Wir können alles auseinandernehmen. Ja, gut, nicht a... Oh. Hm. Das sehen wir alle genauso. Das ist natürlich klar. Ich denke, das weiß man aber auch. Gut. Was, Nostramadus ist das? Nicht Nostradamus. Nostramadus. Ach so, gehe ich gerade falsch? Ich gehe gerade komplett falsch. Wir müssen zu Nostramadus. Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich mich verlesen. Wir brauchen unbedingt ein Auto. Das geht so nicht mehr weiter. Ich kann hier nicht überall zu Fuß hingehen. Ich bin Priester. Warte mal, wieso ist der jetzt hier? Aber... Hä? Wo kommt der her? Was ist hier passiert? Und hier? Danke für das Resultat auf der Nobelknight. Ich hierbei invite Sie nach meinem Kanteen. Ich bin in Ihren Depp. Du kennst, wie man jemanden zurückkürzen kann. Nein, aber ich weiß, wo Sie die Toten finden können. Okay, answer the phone. Äh... Äh... Einfach so. Geht aber nicht, ne? Ne. Nicht, dass ich es probiert hätte. Das wäre ja falsch. Ja, ich komme schon. Äh, ich komme schon. Ach, es gibt auch andere Telefone? Warte mal. Ah. Ach so. Was ist der Status? F***** Pitsy. Ihr Churchman hat sich getrennt. Und die Toten waren da. Wir sind nicht ohne die Toten. Was ist mit ihnen? Ich bin ein Christianist Priester. Ich kämpfe evil. Ich kann es nicht zurückkommen. Das sind die Dinge für ein Occultist. Nicht ein Exorcist. The only person able to communicate with Hell is our Gravedigger Mortimer. So? Mortimer likes his kitschy merch. So he bought the Shaitanic Toten for me. So? So we got him possessed. So? So I need the Entisouls from another Shaitanic Toten to depossess him. I saved that guy with a frog face. Maybe he knows something. He owes me. Oh no. Listen carefully, vampire. Don't hang out with that slimy creature. I do what I want. When I want. Ich glaube, er mag keine Frösche. Ist er nicht Speziismus? French Connection. Wir müssen wieder mit dem Frosch reden. Wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt woanders. Okay. Wir müssen wieder mit dem Frosch reden. Warte. Also langsam bräuchten wir echt ein Auto, ne? Dry Sinwine. Okay. So, warte. Steh auf. Sehr gut. Geile Scheiße. Das ist doch einfach nur frech. Das ist einfach nur frech, wie die alles wieder kaputt machen hier. Ich räume mal wieder ein bisschen auf hier, ne? Ich glaube, das ist sauber. Kann man Landstriche, frage ich mich, von den Schatanisten befreien? Und dann übernehmen quasi, damit wir die Gebiete hier quasi blau markieren überall? Was? 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 Aha. Ja, dann mach auf. Oh, was? Okay. Gut. Okay, okay. Ich sammle Recyclingmaterial, ne? Nicht wundern. Zwischendurch immer mal wieder. Okay, wir gehen mal in die Bar. Out of order. Hole in one Tournament Golf. Oh, schade. Schade, schade. Hier, 69. Lul. Okay, 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 okay. Ah, ja, okay. Amphetaminum. Okay. Tolle Bar. Und hier können wir Alkohol kaufen. Tolle Uhr. Tolle Bar. Alles sehr schön. Oh, hi. So nice of you to come by. The name is Nostramadus. You? Why are you hoarding in here? Anything that can be swallowed, sucked in, or injected. No prescriptions. Nobody buys it anyway. Such as Polonies say. They only drink vodka here. By the way, what was up with the barn? What were you doing there with the church man? I was supposed to deliver the goods to his barn, but I was ambushed. I could have predicted it would all end up in an ambush. Well, well, I predicted, but I predicted wrong. And I suppose you're innocent. The Abolina entrapped us to test the radio wave on our bodies. I have a helmet, so nothing happened to me, but the ho-ho got completely there. The Abolina treated him with the radiation 666. You promised me a gift. Okay, here we go. I have a holy cross. I got it from the late cardinal Cremoux. I'm not going to need it, but you with your skills. Let me know if it works. Einfach voll der Michael Jackson-Frosch. Das ist so ein Michael Jackson-Frosch. So, grabst du einen Kruzer-Fuchs? Kru-Kruzer, ah hier, Kruzer-Fuchs. Kruzer-Fax. Oh yeah, baby. Davon rede ich die ganze Zeit schon. Kein Wort davon. Haschisch. 200 Gramm Haschisch. Was? Okay. Okay. Okay, warte mal. Ich mach mal hier wieder. Alter, das gehen wir jetzt schnell. Die Schusswaffen haben, da muss ich mal ein bisschen drauf aufpassen. Puh. Also wenn die Schusswaffen haben, wird's gefährlich. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Hm? Hm? Die only skills that really matters is the ability to adapt to circumstances. Hank Torpedo, he has stripped you off of your vampire abilities, but gave you some holy ones. I wonder if it's permanent. That I do not know. What kind of prophet are you then? A shitty one. Some things I can't predict, others I predict poorly. You've lost your vampire abilities for good. You can't fly or drink blood, but you can eat garlic and sleep on someone's couch instead. I think I'd rather have my invisibility and superhuman strength back, but I need shade and explotant for that. Where can I find one? Diabolina had altered the shade and is to grab all of Torpedo's totems. Those bastards are ransacked in the village. Some others told me where their hideout is located. Okay. Reclaim the wards. Hallo? Ich bin besoffen. So. Reclaim the wards. Okay. 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 Wo ist denn... Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den hier machen. Ich finde ihn immer noch super. So. Mit E kann ich wechseln. Muss ich mich dran gewöhnen. Okay. Q und E. Äh, reclaim the wards. Wo muss ich... Wo... Wo da muss ich hin? Okay. Und hier ist... Kann ich eigentlich... Das Poster krieg ich gar nicht runter, ne? Verdammte Scheiße. Die Sachen respawnen immer. Das Kreuz dreht sich immer um. Ich hab das Gefühl, ich mach keinen Progress hier mit meinem Glauben. Ich will den Leuten den Glauben näher bringen, aber die Leute vergessen immer wieder. Die Leute vergessen so schnell. Oh, was ist denn da los? Oh. Entschuldigung. Wollte ihn hier machen. Wollte ihn hier machen. Oh, okay. Warte kurz. Das ist wie bei Ikea, wenn die irgendwelche Leute zum Möbel raten. Möbel! So. Kommen wir hier... Kommen wir hier rein? Nee, ne? You don't have the key. Okay, dann kommen wir später da rein. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir müssen... Hä? Da unten hin. Was ist denn hier los? Voller Schmutz überall. So, warte. Lul. Prügeln die sich gegenseitig, oder? Nee, ne? Die hauen nur kurz ab. Oh. Entschuldigung. Wollte ich den hier machen. Ist er schon tot? Oh. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Warte kurz. Geh gleich weiter. In die Fräse. In die Fräse. In die Fräse. Kann ich den Muni verschwenden. So, was haben wir denn hier? Okay. Ah, wir kriegen noch... Eine Fork. Warte, warte. So, warte. Oh. Das sind aber viele. Weißt du, was ich mache? Oh. Warte. Wo sind die alle? Muss ich auch lohnen. Warte. So. Ups. Das trifft irgendwie gar nicht. Jetzt aber. Schöne Schubkarre in die Fresse. Wassertonne. Cool. Spart auf jeden Fall Muni. Was ist das denn da oben? Einer lebt noch. Zwei leben noch. You got what you deserve. Good for you. So, danke schön. Guten Tag. Das war... Ich hab mich mal vorgestellt, ja? Ich hab mich da einfach mal vorgestellt. So, pass auf. Ich mach jetzt hier mal ganz kurz Graffiti weg. Das ist widerlich einfach. So. Da müssen wir nach oben. Oh Gott, ich erinnere mich daran. Hier war irgendwas oben, ne? Aber ich weiß nicht mehr was. Da oben müssen wir irgendwie hin. Ich erinnere mich, wir hatten da so ein paar Probleme. Reclaim the Wards. So, warte. Wir müssen dann hier nach... Hier nach oben. Aber da komm ich nicht so einfach hin, ne? Mussten wir hier nicht nach... Guck mal, da ist eine Leiter. Mit der könnt ihr theoretisch... Aber mit der müssen wir da rüber. Und ich komm hier jetzt aber nicht hoch. Also brauch ich hier wahrscheinlich einmal so ein Ding. Dann einmal hier hochklettern. Warte mal, warte mal. Ich hoffe, dass es geht. Dann hier ablegen, eventuell. Oho. Hier lang crouchen geht wahrscheinlich nicht, ne? Und wir haben... Ah, Holy Blood. Ja! Das haben wir besser hinbekommen als beim ersten... Also bei der Demo. Das lief besser als in der Demo. So, warte. Sun. Wer ist? Ich habe nicht den Totem gefunden. Nur ein paar Metal-Tazzo. Ich glaube, ich hätte besser nicht gewohnt werden. Das stimmt. Ne, gerade nicht. Ich habe echt noch... Ich muss noch ein bisschen was tun. Das stimmt. Ja, ich wird noch... Untertitelung des ZDF, 2020